Andere lustige Brüder hatten wieder einen Umzug im Lager arrangiert. Der eine hatte ein großes Bild, welches Napoleon am Leierkasten darstellte, während Isabella, die entthronte Königin von Spanien, nebst Eugenie um ihn herumtanzte. An einer langen Stange befestigt, wurde dieses Bild unter Maultromenklängen im Lager herumgetragen, bei jedem Bataillon Halt gemacht und von einem Komiker, den Schneider Klotzenfritze, indem er nach der Weise der Benkelsänger mit einem Stocke an das Bild schlug, in humoristischer Weise erklärt. Wein hatten wir, wie gesagt, in Menge und machten uns keine Sorge um den anderen Tag. Viele legten sich sogar mit einem ziemlichen Rausche nieder. Es war die letzte friedliche Nacht, während Gewaltiges sich vorbereitet und ein verderbenschwangerer Geist geharnisch durch die Lande schreitet.